Wir haben gehört, dass das Spiel eigentlich verlegt werden sollte. Die ordentliche Leiter hatten ein Stück weit kommuniziert, dass es eben gerade recht schwierig ist. Und ja, da fragt man sich dann auch, wenn zig Spiele abgesetzt werden, warum dann nicht Wünschen von zwei Vereinen zuzüglich der Witterungsbedingungen nicht nachgekommen wird und da eigene Befindlichkeiten ein größeres Interesse haben als die Gesundheit der Spieler und An- und Abreise ist ja alles sehr fragwürdig. Also da sind wir schon ein bisschen entsetzt über so eine Entscheidung. Schien ja bei anderen Vereinen auch zu gehen. Wünsche ich mir schon Staffelleiter, der mehr bei den Vereinen ist und nicht bei sich selbst. Ja, gut.